Am 10. September 2018 fand wieder eines der beliebten Montagskonzerte in Schwedt an der Oder statt. Der Cellist Ramon Jaffe wurde begleitet von seiner Tochter Seraphina Jaffe an der Harfe. Unter dem Motto von Barock bis Flamenco begeisterten sie das Publikum im ausverkauften Berlischki-Pavillon mit hoher Musikalität und beeindruckender Virtuosität. Hier sind ein paar kurze Ausschnitte aus dem Konzert. Musik 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 » »